Musik Bisch, spiel es ab! Mayday, Mayday! Wir sind eine Kivilkolonie auf dem Planeten 2! IMC-2 greift uns ab! Wir brauchen sofort Unterstützung! Bitte! Koordinaten anbei! Dieser Notruf ist vier Stunden alt. Okay. Das erste Squad am Boden kümmert sich um die Notsignalkoordinaten. Was siehst du, 3-2? Ist irgendwas am Turm? Nichts. Der Turm sieht verlassen aus. Tote Kolonisten auf den Straßen. Kein Zeichen von den anderen. Verstanden. Piloten, wir müssen rausfinden, was da passiert ist. Verteilt euch im Dorf. Wir treffen uns dann am Südtor. Seid vorsichtig da unten. So, und damit Hallö und Herzlich Willkommen zurück zum nächsten... Hopp! Guter gleich mal... Einfach so mal erinnern, was nicht kam. Ist der noch von mir? Ah ja. Schön! Das heißt, wir haben einen Materialschlag. Okay. Wird jetzt gerade von jemanden gekillt? Boah, ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Und das sagt mir jetzt was? Das ist cool. Das ist richtig geil. Die Leute zu sehen. Die wissen nämlich auch, wo sie sind. Brauchst du bloß noch eine Herrheit, oder? Und da sehen wir nämlich, dass die alle da drüben sind. Ich empfange eine Übertragung, aber sie ist verstimmelt. Und zappt. Und immer schön durchrein hier. Und zappt. Mist, hat die früher gekillt. Das ist nicht nur los. Achso, die Karte, die verliert man halt immer wieder. Also das kannst du uns immer einsetzen, bis man stirbt. Oh yeah! Okay, Titan ist in 30 Sekunden bereit. Das ist wieder interessant. Weil mit Titan fällt es das noch viel mehr. Wo ist sie dann? Kleiner Hüfelwürfel. Oh ja, Töte. Oh, Trenner tut da halt falsch. So. Und dann geht es hin und mehr her. Das ist ein Hund. Das ist ein kleiner Hund. So, dann wollen wir mal den Titan einfach mal rufen. Und den lassen wir uns dann einfach mal ein bisschen hin und herrennen. Hier, den kleinen Titan. Schön. Sie sind oben weg, er nie das? So, wo ist er denn, mein Titan? Na, wo bist du? Ich habe eine Übertragung entschlüsselt. Ja, schön für dich. Ganz klar, nur Sprache. Spiel die Übertragung ab. Sie haben den Winkel des Universums gefunden. Wir sind keine Terroristen. Wir sind nicht Teil dieses Krieges. Wir sind nicht Teil dieses Krieges. Wir sind nicht unterliegend zurück. Kolonisten, wenn ihr nicht hört, greift ihr Benzin nicht an, wenn ihr so weit seht. Was? Was? Mit denen reden wir nicht. Na, wo bist du? Komm. Alles klar. Und weg da. Schön. Und gleich auf den nächsten drauf. Kommt zu Fabi. Kommt zu Fabi. Wisst, dann verlatscht die Sau. Entschuldigung, sagt man nicht. Kapitänz, halt. Erlatscht. Wisst, wir prüfen wir uns. Mein Titan ist in zwei Minuten fertig. Also, ich flächere automatisch auch, wenn ich sterbe. Okay, so verstanden. Das ist natürlich dann immer doof, aber okay. Nein, wenn es hat. Das sind zwei Titans. Ich weiß nicht, einer zu viel. Wow, 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 wow. Und drauf bin ich. Also, Odeo-Fest ist eigentlich das geilste, was ich haben kann. Guck mal. Schön drauf. Vor allen Dingen im Geste klein war das Schild. Elektro-Rauf. Die Sau. Die kleine Sau. Schande wieder. Boah, Alter, wir ziehen es ja hier nur zurück, oder was? Boah, da kann man, da kann man so. Will! Na, wo ist denn hier der nächste Tag? Komm, da sind wir. Komm, 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 komm. Ich rote auf die Kache. Die Jungen haben uns auch geschossen. Wacht, da ist der Hund. Dieser kleine Dreckhund. Der hat mich einfach vom Dach runtergeschossen. Ja, komm, 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 bleibst du stehen. Nicht weg rein. Na, da muss er nicht mal das Sinn ergeben, ja. Ja, komm, weg mit dir. Und, nochmal drauf. Okay, dann treten wir raus, wo ihr sendet. Ah, falsche Waffe. Es sieht immer schlecht aus, kippe Scheiße. Wenn du reißt euch zusammen. So, wir müssen los, jetzt kreiert auf. Oh, 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 oh. Mist, ich hatte es erwischt. Sieht da drin, gemeint. Es ist schlimm. Es ist im Heulen manchmal. So, Titanfall. Okay. So, dann stecken wir auch mal wieder einen Titanfall ein, weil... So, ich bin ja auch mal nicht. Wir haben noch einen Volumen. So, woher war ich gleich und... Kommt's ab, Baba. Und raus aus den Fremden. Hui, und... Schön, weg ist er. Nicht. Erzähle doch nicht. So, raus und weg aus dem Ding. Vormals IMC. Ihr wollt helfen? Dann holt mich hier raus. Hier sind viele Überlebende zu überkommieren. Hinnerrücks erschossen. Boah. Habt ihr das wirklich gekriegt? Einfach gehirn abrücks, hat er mich erschossen. Ich war auf der Flucht. Mein Datenschiff ist da. Absolut. Gut. Ja, gut, dann geht's halt nicht nach Hause. Das ist halt so. Ist ja vor. Ich höre, das Leben ist auch. Und dann, tschöne Video, bis zum nächsten Part bei Titanfall mit einem kleinen Kumpel. Ich bin sogar Erster. Coole Sache. Mann, waren die anderen schlecht.